Es gibt ein Easter Egg auf Rebirth Island, mit dem man direkt seinen Loadout bekommen kann und ich zeige euch wie es geht. Dann Bioweapons, oder was? Lass hier auf dem Dach, hier ist einer, den können wir holen. Guck mal, Tirok hat schon wieder den Kill bekommen. Ja, weißt du warum? Weil du hässlich bist. Ey! So, ich stell mich unter die Dusche. Ich hab die neue Sniper hier. Boah, was für Duschen, warte mal. Wir sind schon am Duschen. Hab die Karte. Nice. Hey! Tirok, nee, da zu fett. Und wir sind tot. Nein, nein, nein. Ich droppe aber Heli, ne? Raus, raus, raus. Ah! Christian! Alles gut, alles gut. Christian, kommen Sie, kommen Sie. Wir können es durchschreiben. Mit Perseus Keycard. Ah ja, hier, das rechte. Ah, Lodi! Es gibt wirklich Lodi! Nein, jetzt auch. Ja, ja doch. Hä, übelgeil. Und vier Perk-Pakete. Hä, ja, voll geil. Immer Free Lodi. Ja, es gibt wirklich Lodi. Ja, tschüss. Vielen Dank.